Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Stier, der heutige Tag ist ein Wirbelwind an Aktivitäten, denn du wirst von einer Flut an Nachrichten umgeben sein, die wahrscheinlich mit einem Projekt oder Familienangelegenheiten zu tun haben. Bei dieser Flut von Informationen fühlst du dich vielleicht ein bisschen zerstreut und unkonzentriert, da verschiedene wichtige Themen gleichzeitig deine Aufmerksamkeit erfordern. Der Schlüssel, um dieses Chaos zu bewältigen, liegt darin, diese Herausforderungen einzeln anzugehen. Vermeide die Versuchung, mit allem gleichzeitig zu jonglieren. Deine geistigen Fähigkeiten sind heute besonders scharf und analytisch, was dir dabei helfen wird, jedes Problem methodisch anzugehen. Denke daran, mit dem Strom zu schwimmen und die Dinge Schritt für Schritt anzugehen, ist die effektivste Methode, um sicherzustellen, dass alles effizient und effektiv erledigt wird. Diese Woche ist ein guter Zeitpunkt, um deine Wünsche und Bedürfnisse in die Hand zu nehmen. Es ist wichtig, dich auf das zu konzentrieren, was dich wirklich befriedigt und Wege zu finden, diese Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Egal, ob du bei einem Spaziergang am Strand über persönliche Dinge nachdenkst oder ein offenes Gespräch mit deinem Chef führst, es ist wichtig zu erkennen, dass viele deiner tiefsten Wünsche durch deine eigene Initiative erfüllt werden können. Vielleicht hast du dir angewöhnt, zu glauben, dass andere für die Erfüllung deiner tiefsten Bedürfnisse verantwortlich sind. Jetzt ist es an der Zeit, aus diesem Irrglauben aufzuwachen und dich selbst zu pflegen. Diese Selbstfürsorge und dieses Verständnis sind wichtig, um Zufriedenheit und Erfüllung zu finden. Was deine Karriere angeht, bieten die nächsten vier Wochen eine großartige Gelegenheit für Fortschritte. Diese Zeit ist ideal, um wichtige Schritte zu machen, die du vielleicht noch aufgeschoben hast. Die Bühne ist bereitet, damit du glänzen kannst. Nutze diese Chance, um ins Rampenlicht zu treten und deine Talente zu zeigen. Nutze diese Zeit, um deine beruflichen Ziele voranzubringen, denn die Bedingungen sind reif für große Erfolge. In deinem gesellschaftlichen und romantischen Leben hast du die Freiheit, dich auf unbeschwerte und spielerische Interaktionen einzulassen, ohne den Druck ernsthafter Verpflichtungen. Dein natürlicher Charme erlaubt es dir, zu flirten und unterhaltsam zu sein, ohne dass jemand zu viel von dir erwartet. Wenn du eine lustige, gesellige Zeit verbringen willst, ohne dich mit schweren emotionalen Verpflichtungen zu belasten, ist dies der ideale Zeitpunkt, um sich solchen Interaktionen hinzugeben und dabei deine Unabhängigkeit zu bewahren. Du stehst kurz vor einer scheinbar kleinen, aber bedeutenden Chance, die sich zu einer Reihe positiver Entwicklungen entwickeln könnte. Auch wenn diese Chance zunächst unbedeutend erscheinen mag, wird deine Bereitschaft, dich mit ganzem Herzen darauf einzulassen, wie ein Katalysator wirken und einen Dominoeffekt mit positiven Ergebnissen auslösen. Nimm diesen Moment mit offenem Herzen und wachem Blick wahr, denn oft sind es die kleinsten Schlüssel, die die größten Türen öffnen. Das Universum zeigt dir, was du erreichen kannst, wenn du den Moment mit Optimismus und Entschlossenheit ergreifst. Vertraue auf deinen Instinkt, denn er wird dich dabei unterstützen, diese bescheidene Gelegenheit in eine transformative Reise zu verwandeln, die zu Wachstum, Erfüllung und unerwarteten Freuden führt. Im Laufe des Tages stärkt der Steinbockmond deine Problemlösungskompetenz und befähigt dich, Herausforderungen zu meistern, die dir vorher beängstigend erschienen. Genieße diesen Zuversichtsschub und gehe alle einschüchternden Situationen frontal an. Denke daran, dass deine Fähigkeiten stärker sind, als du vielleicht denkst. Wenn es auf den Abend zugeht, ist es jedoch wichtig, dass du von deiner beruflichen Denkweise in einen entspannten, persönlichen Bereich übergehst. Wenn du arbeitsbedingten Stress in dein Privatleben bringst, kann das zu Spannungen in deinen Beziehungen führen. Widme deinen Abend der Entspannung und Aktivitäten, die dir Frieden und Freude bringen. Ob du nun Zeit mit deinen Lieben verbringst oder einem Hobby nachgehst, konzentriere dich darauf, dich zu entspannen und dein Privatleben zu pflegen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du heute ein Gleichgewicht zwischen der Bewältigung einer Vielzahl von Aufgaben und der Zeit für Selbstfürsorge und persönliche Entfaltung finden musst. Dein analytischer Verstand wird dir dabei helfen, die verschiedenen Aufgaben effektiv zu bewältigen. Nutze deine Fähigkeit, deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, ergreife berufliche Chancen, genieße soziale Freiheiten und beende den Tag mit Entspannung und persönlichen Beziehungen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Nah steht für Neuanfänge, Spontanität und einen Vertrauensvorschuss. Er steht für Abenteuerlust und das Eingehen von Risiken mit einer neuen Perspektive. Heute zeigt der Nah, dass du am Anfang einer neuen Reise oder Phase in deinem Leben stehst. Es ist an der Zeit, Chancen zu ergreifen und mit Optimismus und Aufregung ins Unbekannte zu gehen. Die Acht der Kelche ist eine Karte, mit der du die Vergangenheit hinter dir lässt, nach tieferer Erfüllung suchst und dich auf eine spirituelle oder emotionale Suche begibst. Sie symbolisiert oft eine Reise der Selbstentdeckung und die Bereitschaft, loszulassen, was dir nicht mehr dient. Heute zeigt die Acht der Kelche an, dass du dich von etwas trennst, das dich nicht mehr erfüllt. Das kann ein schwieriger, aber notwendiger Schritt in Richtung persönliches Wachstum sein. Die Zwei der Kelche steht für Einigkeit, Liebe und eine tiefe emotionale Verbindung zwischen zwei Menschen. Sie steht oft für den Beginn einer liebevollen und harmonischen Beziehung. Für den heutigen Tag deutet die Zwei der Kelche auf das Potenzial für eine bedeutungsvolle Verbindung oder die Vertiefung einer bestehenden Beziehung hin. Es ist eine Karte der Harmonie und der emotionalen Bindung. In ihrer Beziehung zueinander erzählen diese Karten eine Geschichte über Neuanfänge, das Loslassen der Vergangenheit und das Potenzial für tiefe emotionale Verbindungen. Der Nah steht für den Beginn einer neuen Reise. Die Acht der Kelche steht für die Bereitschaft, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und nach tieferer Erfüllung zu suchen. Die Zwei der Kelche steht für das Potenzial für bedeutungsvolle emotionale Beziehungen auf diesem neuen Weg. Lass dich heute von der Abenteuerlust und der Aufbruchsstimmung des Narren anstecken. Sei offen dafür, loszulassen, was dir nicht mehr dient, wie es die Acht der Kelche vorschlägt. Dadurch schaffst du Raum für tiefe emotionale Verbindungen und harmonische Beziehungen, die durch die Zwei der Kelche symbolisiert werden. Es ist ein Tag des Wachstums, der Selbstentdeckung und der Möglichkeit, bedeutungsvolle Bindungen einzugehen oder zu stärken. Das ist ein Tag des Wachstums, der Selbstentdeckung und der Abenteuerlust und der Abenteuerlust und der Abenteuerlust und der Abenteuerlust. Das ist ein Tag des Wachstums, der Abenteuerlust und der Abenteuerlust und der Abenteuerlust.